hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren duellrunde in overwatch gegen jannik das kann was werden mit genji mit healing übel die tülle wo bist du weißt ich nicht wo wirst du da ich habe schon so lange nicht mehr gespielt scheiße 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 und ich bin ein mann apokalypse Ich bin einem Einwand, Apokalyze, baaah. Ah, bist du auch am Stehen und wartest bis einer kommt. Nice! Noll! Wie du einfach zweifelst in der Katzenecke hängen geblieben bist. Alter, wie unverdient. Normalerweise normales Duell gesetzt, der zuerst huckt, verliert. Nur bei Yannick tritt das mal wieder völlig außer Kraft. Und Saja, ja komm! Oh, kann ich direkt rumsholten hier. Junge, Junge, Junge. Das ist ja wieder zum Kotzen, ey. Oh, komm ey. Saja kann ich absolut nicht. Kann ich auch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie man die spielt. Warte, wie war denn das? Linkstil? Ah, okay. B, B, R, S, D laufen. Hä, dieser Strahl trifft doch gar nicht. Hm, break На heutz. Hä 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 hä. Oh, ich habe einen Lebenspunkt. Alter, wie assi. Ist lost. Ist lost. Ich kann ihn überhaupt nicht. Du hast halt dauerhaft, wenn ich meine, eine Schild anhatte, dauerhaft auf sie drauf geschossen. Und das war dann der Wind für mich. Damit hätte ich deutlich mehr Energie dazu. Hast du eigentlich schon mal den neuen Helgen gespielt? Ja, eben gerade gegen Steven 2. Ja. So, abzuhauen. Add precision, ey. Ob es auch wie er instans einen Rob gezündet hat. Hm. Wenn ich's kann. Irgendwie habe ich gerade hart gefällt. Ich hatte gerade voll den Brain Lack. Nein. Nein. Punktes Stand. Drei. Ne, wer zuerst fünf Sieger hat, war das. Zuerst fünf hat es ja. Oh, das wird ja so interessant. Hört nurmals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Wahrscheinlich. Okay, na ja. Das wird ja so interessant. Der trifft mich Wie geht Dein fucking ernst Oh ist er da Ach fick dich Wenn der Nate auch gar voll versetzt Oh nein Oh Gott Oh nein Das werden zwei Noobs gegeneinander spielen Ja Farrah kann ich echt absolut nicht Wo bist du denn Da Ja Die hat mal einer von den beiden getroffen Wenn du jetzt nochmal triffst Ja 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 Aber auf jeden Fall Herzlichen Glückwunsch Ja Danke Gut gespielt Ich weiß ja nicht Wer ist der denn scheiß Team Äh The Dominator Der Der Dominator Ja 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 Klar Wie im GTA Gut Leute ich würde sagen wir sehen uns bei der Rückrunde Bis dahin haut rein Ciao , Ja